Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patrick von Powerbox Systems und heute reden wir kurz und knapp über das Modellmenü. Los geht's. Als erstes schalten wir den Sender ein. Für die, die noch keinen haben, Taste lange drücken, kurz loslassen und nochmal kurz drücken. Nachdem der Sender gestartet ist, sieht man das vorherig geladene Modell. Das ist bei einem neuen Sender das Demo-Modell, wo der eben selbst angelegt ist. Als erstes gehen wir in das Modellmenü. Den Hauptbildschirm schauen wir uns später an. Dazu wischt man von oben nach unten und tippt auf das mittlere Symbol. Bei unserem Sender gibt es Ordner und Modelldateien. Das wird am Anfang oft verwechselt. In die Ordner kann man wie bei einem Computer auch Modelldateien reinlegen und sortieren, zum Beispiel nach Modelltyp. Man wechselt die Ordner, indem man oben auf die Ordnernamen tippt und dann kommt man immer zum nächsten. Standardmäßig gibt es bei der Core Plane, Boat, Car, Helikopter und andere. Wie wir sehen, sind im Plane-Ordner schon Modelldateien drin, Demo und Produktion. Das Demo-Modell kann man nicht löschen. Der Sender braucht immer ein Modell, welches er laden kann. Die Ordner kann man aber beliebig umbenennen, löschen oder neue Ordner anlegen. Wir machen das jetzt mal mit dem Boat-Ordner. Dazu wechseln wir in den Boat-Ordner und nennen ihn Fläche. Wir tippen unten auf Ordner umbenennen und schreiben Fläche hier rein. Hier gibt es kein E, weil Linux bei Ordnernamen keine Umlaute kann. Man sieht jetzt, das Boat-Symbol ist verschwunden. Anstelle dessen kann man hier für jedes Modell ein eigenes Bild reinladen. Das machen wir später auch noch. Jetzt wollen wir den Car-Ordner löschen. Wir wechseln in den Car-Ordner und bleiben lange auf der Taste. Jetzt bestätigen wir das Löschen. Löschen geht nur, wenn der Ordner leer ist. Darüber hinaus besteht natürlich auch die Möglichkeit, Modelle zu kopieren. Dafür nimmt man einfach hier den Kopier-Button und sieht sofort, es erscheint eine neue Datei mit Demo-Cpy. Steht für Copy. Wenn ich jetzt wieder ein Modell löschen möchte, drücke ich einfach hier auf den Knopf. Werde gefragt, ob ich es löschen möchte. Und ihr seht gleich, wenn ich hier auf OK drücke, sagt mir der Sender, dass das Modell im Moment aktiv ist und deswegen nicht gelöscht werden kann. Heißt, ihr müsst ein anderes Modell laden, um dieses Modell löschen zu können. Um ein Modell zu exportieren, benötigt ihr einen USB-Stick. Hierfür die vordere Front öffnen und den USB-Stick einstecken. Dann hier auf Exportieren gehen und ihr seht schon, vorarbeitet und hat das Modell jetzt erfolgreich auf eurem Stick exportiert. Final wollen wir noch ein Modellbild hinterlegen. Das ist aber optional. Mit oder ohne Bild, das hat keine Auswirkung auf die Funktion. Dazu stecken wir einen USB-Stick, auf dem sich das Modellbild befindet, vorne in den USB-Port. Dafür einfach die Klappe öffnen und den Stick einführen. Das Bild hat idealerweise eine Größe von 215 auf 100 Pixel und ist im Standard-JPG-Format gespeichert. Wir tippen hier auf Bild und öffnen damit den Dateimanager. Die tippen wir oben auf das USB-Symbol und wählen unseren Stick aus. Jetzt sehen wir schon rechts unsere Bilddateien. Die tippen wir an, damit diese blau hinterlegt ist und bestätigen mit dem grünen Haken. Jetzt sieht man immer das Modellbild, wenn man dieses Modell ausgewählt hat. Zur Information sieht man in diesem Bildschirm noch die Modellzeit. Diese zählt immer hoch, sobald der Sender mit einem Empfänger gebunden ist. Damit kann man die Betriebsstunden des Modells überwachen. Solltet ihr Fragen haben, schaut gerne auf unser Support-Forum. Einfach über unsere Homepage anklicken. Dort werden viele Fragen bereits beantwortet. Hat euch das Video gefallen? Wie immer gerne liken, kommentieren und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Bis dahin, allzeit gute Flüge und bis zum nächsten Video.